Es gibt immer diesen einen Moment, wenn Dein Tag beginnt oder kurz bevor er zu Ende geht, wenn Du neue Freundschaften schließt oder eine alte Liebe pflegst, dann brauchst Du, ja dann brauchst Du einfach eine Tasse Kaffee, heiß oder eiskalt, pur oder vielleicht mit etwas Milch, mit viel Liebe gebrüht oder perfekt gepresst oder etwas ganz Besonderes, um die Sonne zu begrüßen oder den Kater zu vertreiben für den entscheidenden Kick oder um die Ruhe zu genießen oder einfach nur so. Es gibt immer einen Grund für einen guten Kaffee, perfekt zubereitet mit Melitta.